Alles gut. Ach, ich sabbele schon ein bisschen. Einer muss doch wieder die Hausfrau spielen. Der andere ist doch jetzt zum Kämpfer geworden, weißt du, und der wird auch der Potten gleich weitergegeben. Das ist halt so in der Nahrungskette. Ihr macht das schon. Ja, ich hab mich dran gewöhnt. Es wechselt von einem zum anderen immer was. Ja, passt. Solange die anderen zufrieden sind und alle sind glücklich und dann passt das alles. Hauptsache jede Menge Spaß. Fertig. Richtig. Alles andere drauf geschissen. Da kann man auch mal ein Mate abknallen, ne? Dann trifft es dich ja nicht ganz so. Ach. Alles gut. Was für arme Menschen hier auf dem Server? Ja. Steve ist wieder gestorben. Steve ist in der Dauerschleife. Ich werde da wahrscheinlich nicht nah genug rankommen. Oh, du bist da, aber. Verhungert er damit, ne? Ach komm. Go for it. Rast. 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 Durch die Kakteen. Ich habe nur sieben Jucca-Frucht. Ja, hast du. Oder habe ich die von dir aufgenommen? Nein, nein, nein. Ich habe auch 500 Frucht. Wenn du die Jucca abbaust, da kriegst du ganz viel. Dann müssen wir aber ja noch dazu. Ja. Ach komm, scheiß drauf. Ja gut. Da war auch nur noch ein Lutz-Cathena noch da. Also einer wurde schon aufgenommen. Einen habe ich aufgemacht. Ja, und drei waren es ja und jetzt ist nur noch einer da. Oh, dann hat er den anderen oben gelootet. Ja. Okay, damit er runterkommt, höre ich. Das ist krass, wie der Sound nachhängt. Boah, ist das am Längen? Ja, Sound ist bei mir hochgemacht am Längen. Gut. Das ist geil, die ganzen Nachgeräusche, wenn du schon fertig bist. Oder den Looten von Autos und sowas. Ja, ja. Da steht bei mir auf der Stelle. Na, das hat er übrigens rausgeflogen, das ist ein Server. Oh, hier ist eine Miene. Oh Gott. Rechts von mir. Ich versuch gerade ein Vogelnässt zu looten. Ah, das ist scheiße. Gibt's ja gar nicht. Wir müssen da irgendwo mal Ressourcensteine sein. So. Ach, dadurch sind sie wahrscheinlich gestorben durch Minus. Kann sein. Wollten auch zum Lothan? Ja. Krass, der, 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 der. Hier ist noch was drin. Boah, ey, dauert das ewig. Auf welchem Dach ist denn der? Vom Krankenhaus. Ich bin beim Krankenhaus mit drin. Ja, obendrauf war die ganze Zeit. Aha. Ja, ich bin beim Krankenhaus mit drin. Da muss er ja. Das ist von mir. Alter. Ich hab's geschafft, Leben zum Krankenhaus. Boah, das zählt ja nicht. Das ist so lecky jetzt. Jeder Lootcontainer hat. Ist einer drinne im Krankenhaus? Ich bin drinne, ja. Hast du was gelootet? Du bist ein... Ich versuche es gerade. Ich stehe hier und 20 Sekunden... Gönn ich dich erschlagen. Also bei mir ist Snafu noch außerhalb des Krankenhauses. Oh, dann bin ich schon längst aus dem... Ja. Ja, du steckst auch zur Hälfte im Boot drin. Dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr existent, ja. Und loot auch mal bitte nix. Kann ich looten. Ja, was sollst du auch nicht? Ich bin gerade auf dem Weg. Aufs Dach. Jetzt geht's wieder weiter, okay. Was ist denn noch, wer drin ist? Das hätte ich nämlich. Oh, nein. Hätte ich mal nicht machen sollen. Verdammt. Jetzt darf ich wieder eine halbe Minute warten, bis der Front hier... Ja. Weil der dritte Airdrop ist noch da, ne? Den könnte einer holen. Ja, der ist noch da, ja, ja. Ja, wahrscheinlich ist er da hängen gelaufen. Was für einen Ping hab ich denn? Ja, guck ich auch gerade. Der Rucksack ist auch noch da. 45. Der Server steht bei mir in der Tiefgarage unten auf der Stelle. Das ganze Server rauf ich gerade ab. Hm, jetzt öffnet er sich wieder. Das hat ja ein bisschen geklaut. Ich finde den Scheiß wirklich nach oben nicht, ey. Ah, dann frag ich mal den Schlafsack ja hin. Ach, da hat man ja nicht, oder? Oh, Gott. Oh, ich bin mal durch die Map gecrashed. Ah ja, der Server ist am... Okay. Cool. Läuft. Wow, ich bin raus hier im Krankenhaus. Das ist irgendwie viraler Vieh. Keine Ahnung, was das ist. Ja, das hab ich leben lassen vorhin. Super, danke für die Info. Ja, ich wollte sneaky rein. Ne? Sneaky nach oben. Ey, ich bin tot. Ja, er ist noch oben. Ja, hinten. Hinten auf dem Dach. Ja, hinten. Ich gleite durch die Steine. Yeah. Ja, 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 ja. Herzburger. Herzburger, ja, ja. Hinten, wo die Container sind... Ja, ich hatte eh nur... Da sind zwei, ja. Oh, oh. Zwei sind da. Bomb und Totbenig. Ja, so wie das gerade leckt. Hast du da keine Schnitt? Keine Schnitt, ja. Die sind ja noch auf dem Dach oder unten? Nein, unten. Jetzt sind sie unten. Zwei Stück. Okay. Und loot mich gleich. Also du hast ja den Innenhof. Dann kommt diese kleine Mauer. Da stehen die Container da. Die schöne Yuka hat alles weg. Oh Mann. Was? Ich hab doch gesagt, lohnt es sich nicht hinzukommen. Na, das wird jetzt dauern. Ich sehe keinen. Oh, und du konntest mir den Schlafsack ja nicht legen, ja. Ja, alles gut. Jetzt bin ich da wieder beim Händler da hinten. Boah. Hm. Du lässt mich einfach irgendwo spawnen, oder? Ja, geht ja nicht. Geht ja nicht, wenn ich den Schlafsack legen ist. Stimmt. Oh Mann. Bei mir kommt auch nicht mal die Anklage. Ah, jetzt kommt es. Ja, ewig dauert. Ja gut. 70. Jetzt kann ich Gas geben. Weiter unter 70, dann geht es ja nicht. Also ich war auch noch nie so weit unten, wie ich hier bin. Ich bin auch bei 80, nur. No, Level up. Schön. So, ein Grill habe ich schon mal. Die lute ich echt in meinen Rucksack. Ja, die haben sich ja auch gelutet. Hab ich noch gehört. Sind die gleiche wie die Geier ran. Haben sie wahrscheinlich die Pistole mitgenommen. Und ja, ich habe gerade keinen Hunger mehr. Ich habe gerade keinen Hunger mehr. Soll. Aber ich war ja schon auf 100. Ja, das Scrabbyschen. Ne, ne, ne. Hebe mal auf. Die anderen beiden brauchen eben bestimmt irgendwas. Das ist ja nicht mehr so ein Leggy. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich von, von dem Iggy. Ich weiß, wie beim Händler. Ach Gott ey, wie weit sind wir denn auseinander? Ja. Wir sind jetzt schön weit auseinander. Oh, Lagerfeuer? Ich krieg auch doch so ein Schade. Ich hab doch einen. Hast du schon gefunden? Ja. Hattest du überhaupt vor, irgendwas zu bauen? Was? Ob Zagos vor hatte, irgendetwas zu bauen? Na klar. Doch. Guck mal, getroffen. Aus drei Kilometern Entfernung mit dem Bogen. Da guckst du, war Junge? Du wurst ey mit deiner verkackten AK und Sniper ey. Ja. Alten Arschlöcher ey. Ich hätte mich mit AK weggefallen. Da sind noch zu zweit laufen sie da rum. Nein. Ich muss jetzt ein Schnitzel. Echt ey, was für Würste ey. Ja. Wenn sie das haben, können sie das benutzen, ja. Ja, aber da kannst du doch gegen so einen nackten Trutzel mal den Bogen nehmen und ein bisschen fighten, oder was? Richtig. Auf rumzuholen, wenn du zu zweit sind ey. Naja, gut, so ist das halt. So war es immer, so wird es immer sein. Ja, aber da kannst du vielleicht eh einen Schuss wegkauen und dann ein bisschen hochwertig weg. Hab ich ja gerade. Hast du ja? Genau. Aber es war kein Handy. Da wäre vielleicht noch was gegangen. Aber die war ja nicht zu zweit. Der hat sich ja ein bisschen weiter geheilt. Naja, klar. So, da sind doch alle beieinander. Ist alles gut. Hm? Wo sind wir beieinander? Was? Hier ist Queenie, da ist Shepard. Ich weiß nicht, wo du rumreinst. Ach Gott. Ich renne ja Kilometer weit weg. Ich wollte gerade sagen, ich laufe aufs Nafo zu. Der ist an einer ganz anderen Stadt. 1,5 Kilometer. Ja, warum bist du denn ganz so anders? Weil ich mit dem Schlafsack hier beim Händler... Ja, ganz am Anfang, du Knallkopf, ne? Ja, und dann wollte ich ja rausgehen aus dem Kampus mit dem Schlafsack fetzen. Und da waren sie ja wieder. Selbst schuld. Und dann bummst du. Man kann den auch wieder aufnehmen, wenn man den gesetzt hat. Nur mal so zur Info. Aber Inventar war doch voll. Genau. Jetzt nicht mehr. Das Problem ist, die sind jetzt gerade auch in die Richtung gelaufen, die beiden. Ich muss mich jetzt hier erstmal verpissen. Mal steinhaft. Ja, übrigens, da ist irgendwo, glaube ich, bei dir, ist ne Base. Ja, das weiß ich. Da hat ich genau meinen Schlafsack. Du hast gesehen. So, wer braucht was? Also ich hab 130 Pfeile, 150 Federn. Hatte ich auch mal. Ja, Stein hat ja auch ganz viel und sauernd. Ja, brauchst du nicht aufzählen. Ich bin gerade erst gespawnt, also brauch ich alles. Du brauchst ja nichts aufzählen jetzt. Was heißt das im Inventar? Ja, also bitte dich. Gruß mit dir. Die Queenie brau auch, aber sie ist auch gerade erst gespawnt. Aha. So, ne? Ich bin auch gerade gespawnt. Ja, aber du bist ja Kilometer weit weg. Du bist ja gerade auch schon vorher. Bessen, nimmst du mal deinen Schlafsack auf und tötest dich. Ja, ist kein Witz, du bist eh schon bei 70, oder? Nee, diese 1,5 Kilometer kann ich noch drauf. Das ist auch nicht der Burner, also. Na ja, lande ich da fünf Kilometer von euch her. Ich weiß nicht, wo du bist, ey. Du machst das selbe nochmal. Ja, ja, genau. Ach, du bist bei den beiden Städten, oder nicht? Bei den Städten, ja, bin ich. Ja, da wollten wir doch eigentlich eh looten, oder nicht? Kann ich gar looten, ja. Ja gut, ich werde zu meinem Rucksack gar nicht hin brauchen, glaube ich. Liegt der noch? Ja, ja, der liegt noch. Aber die sind die ganze Zeit vor dem Krankenhaus auf dem Feld rumgerannt gerade. Ja, dann bräuchte ich da gar nicht hin. Also die wollten weg vom Krankenhaus, die sind hier in unsere Richtung gerannt. Das lohnt mich. Ja, dann gehen wir Richtung Snafo, oder was? Und wir gehen jetzt Richtung Snafo. Ops. Ob die die kommt. So, was brauchst du? Vorsichtig, vorsichtig, ey. Guck mal hier schon, gehört, sie quippt, der Kerl, ne? So sind sie, ey. Schön, ne? Ja, ja. Ey, hier ist irgendwo eine Base. Ich kann den Kaktus nicht abfahren. Unter uns ist eine Base. Ja, hier war irgendwo ein paar Löcher, habe ich gesehen, da war ich gerade mal drin. Mhm. Hier. Oh, hier sind ganz viele Zombies vor mich, aber ich habe eigentlich keine Waffen haben. Oh, gib mir mal eine Hunting-Wafel, Alter. Schwörst du dir? Die ganzen Sniper-Assis. Die sind alle, was wir brauchen. Welches Level, welches Level ist denn der Herr überhaupt? Schon Level 9. Fast 10. Danke für deinen Hust, Jenny. Hauptsache, ich laufe die ganze Zeit durch die scheiß Kakteen. So, Treffpunkt Snuffo, oder was, ne? Mhm. Sehr gut. Wenn einer was braucht, muss er was sagen. Ja, alles gut. Gib mal der Jenny was. Ach, der Jenny, der Mara. Was brauchst du, First Aid? Alles gut. First Aid haut er raus. Was ist denn los mit dir? Ja, was denn, wenn ich es habe? Ja, da musst du auch in eine Fight gehen mit First Aid und hast du nicht gesehen und Schotty und... Mann, 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 ey. Ja, da lacht die Jenny. Siehst du, ich komme schon durcheinander hier mit zwei Frauen. Kann ich gar nicht wechseln, ey. Ist unglaublich. Ist schon überfordert, der Kerl. Ist schon alles geloadet, ey. Hauptsache, der grüne Kerl mit seinem... Leuchthelm schleicht sich hier an. Wohl, warte mal. So, nur noch drei Teile bis zur Hunting Rifle und das Buch. Was brauchst du? Eine Hunting Rifle mit 50 Schuss. Also, den Receiver habe ich. Den habe ich auch. Ah, der könnte schon... Zwei Ohren. Ah, der Steil. Äh, äh. Gut. Warra, hast du den Steil gerade aufgenommen? Ich habe gar nichts aufgenommen. Alter, wie schnell packt denn der Scheiß weg, ey. Versucht, der findet. Zack. Bisschen stonig sind wir ja ganz geil. Wo ist der Mann, der alles hat? Hast du Steine? Ja, ich habe alles hier. Wie viel jetzt alles? Ich habe alles. Das brauche ich. Wie viel? Tausend. Tausend. Nein, so ein paar, so 50, 60, 100, was du so hast. Und da fällt mir dann die Rust vor ein. Und ein paar Pfeile, bitte. Und dann wird zwei Steine rausgegeben, weil nach ein paar gefragt wurde, ne? Ey, danach habe ich ein paar tausend rausgehauen. Du, was ist passiert? Danke. Ja. Hast du gekriegt, was du brauchtest? Vorsichtig, ne? Sonst was. Ja. Zombie. Alter, ist ja klein und grün. Was? Ich würde da weggehen. Nicht, dass da ein auszusehen Pfeil. Was ist das denn? Ich sehe den gar nicht. Bist du denn? Bist du Shrek, Alter? Ja. Den habe ich im Krankenhaus gesehen. Wir sehen. Das ist Hulk. Stimmt der mit dir nicht? Bein die Pfeile kassierst du denn? Ah, fünf Minuten Lockout, was? Verwahrungs-Statik in fünf Minuten. Ah. Nehmen wir ihn aber noch mit dir. Alter, dein Ernst? Weil der macht auch gar nichts, ne? Vielleicht ist der Buggy. Alter, das geht doch gar nicht. Der ist so tot, ne? Immer noch nicht? Naja. Der ist ja niedlich. Darf ich den behalten? Du hast schon's Narbe. Genau. Genau, einer muss gereicht. Einer muss reichen. Das ist mir zu doof. Ja. Bitte schön. Könnt ihr weitermachen? Ey. 20 Pfeile reingejagt. Nix passiert, ey. Was ist los, BG? Ach, guck mal. Wir können doch hier schon wieder was kassieren, ey. Sagt doch keiner was, ne? Hey, Hallöchen. Gimme. Was gibt's diesmal? Zwei Rotting Flash. Alter, ohne Scheiß, ne? Ach, meine. Das ist genauso, als wenn ich Lotto spiele. Junge, Junge. Guck mal, der ist auch schon angezogen. Der Einzige, der hier blank rumläuft, oder was? Nein. Ich hab noch mal Hemd. Ich hab noch mal Hemd. Mann, Mann, Mann. Nee, ich hab den... Wart hier... Nein, ich will kein Hemd. Doch. Nein. Ist mir egal. Nimmst du's jetzt? Oh, meine 200er Klamottenanziehung. Genau. Unfassbar. Loot, 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 loot. Wir sind mal was in dem... Ah, das ist ja alles kaputt, ey. Ah, Tape. Was fehlt mir denn noch? Deine brauchten wir noch, ne? Ne, haben wir ja gekriegt. Vom Schäppi. Der hat ja alles. Was denn? Servus, treff nix. Nee, alles gut. Ach so. Alles gut. Alles gut. Der macht hier gleich einen Bauchladen auf. Der hat doch schon wieder zum Shotgun links oder irgendwo hin. Ich, ne. Irgendwo was zu essen? So die grundlegenden Sachen organisieren. So Cooking Port und, ne? Hab ich doch. Doch, haben wir doch schon... Ja, dann mach doch mal ne Base fertig. Was denn los? Du willst bauen, hast du gesagt? Mann, Mann, Mann. Ne, ich will nicht bauen. Ist gut gefragt, ob wir bauen. Klar bauen wir. Ich bin fürs Graben eingeteilt. Wir müssen uns hier die ganzen Camper-Assis und so... Die kriegen alle noch, was sie brauchen. Ich hab Spätschicht die Woche. Zeit, Arms. Also macht einen Vorschlag. Also einen Cooking Port habe ich schon mal. Aber ihr habt ja schon alles. Ihr habt doch alles. Ja, richtig. Genau. Ich hab hier gar nichts. Ich kratz mir gerade alles zusammen. Ja, siehst du, dann geht's dir wie mir. Ja. Geh doch zum Shepard, der gibt dir Pfeile. Ne, ich mach das gerne selber. Will ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, was ich hier gerade mache. Aber ich mach das einfach. Oh, die Sofas hier weg. Ja, da klappen wir uns. Nur keine Loot-Container, das war nett. Ups, au. Ja, ja, genau. Genau da, bitte. Ja, war schön. Oh, water. Ich muss mich ja doch rein, wenn du... Noch ein Kochtopf. Unfassbar. Was zu essen wäre, was? Ähm, ich hätte... 6 Eier. Ich hab 30 Eier. Ah, das Fleisch und die Eier, die pfeilen. Boah, zwei Ransions. Unfassbar. Also während wir hier sterben, ist er am Looten bis zum Gehtnichtmehr. Boah, das ist schlimm. Unfassbar. Unfassbar. Und noch keine Base gebaut, ey. Mann, 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 ey. Nur mit meinen 29 Steinen. Was ist eigentlich mit dem Meter los? Der wollte ja nicht 19 Uhr kommen, oder was? Ja. Ist unglaublich, ne? Frechheit soweit. Frechheit. Jetzt geht mir endlich eine scheiß Pistol hier aus dem Kackklo, ey. Ne. Will er nicht. Wo ist denn ein Zombie? In der Stadt dürfen wir eh nicht bauen, ne? In der Stadt dürfen wir auch nicht, ne. Da kommt ja immer die Meldung, wann da dürfen wir nicht. Echt? Schwachsinn. Boah, wir müssen ja eh irgendwas unter der Erde machen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Na gut, wenn der Server jetzt eh gleich runtergeführt wird. Ja, der startet doch nur neu. Das dauert ja nur zwei Minuten. Da hat er noch fünf Minuten oder so. Oh, Bain-Giller. Boah, sie lootet mir hier die Küchen weg. Hä? Kann nur das Nacho sein eigentlich. Nee, ich bin hier am Steine kloppen. Da würde ich die Pfeiler her eigentlich... Und Bierchen! Ich komme auch mal Steine kloppen. Ja, ne? Da sagst du, was trefft nichts. Der Zombie hier, der interessiert sich irgendwie gar nicht. Nö. Was, der Grüne oder was? Nö, nö. Da rinnt noch so einer... T-Shirt-Johnny oder was hat das? Was ist denn der jetzt? T-Shirt-Johnny, aha. Ach, da unten ist der doch noch. Boah. Ja, ja, in dem Loch war ich auch. Komm da raus. Komm da raus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. T-Shirt-Johnny. Zwei doofe ein Gedanke, wa? Ach, dann kloppt dich doch da rum, ey. Was ist hier los? So, was brauchst du noch für die Hunting-Rifle? Immer noch alles. Außer einen Receiver. Alles gut, ich lege gleich einen Cowboy und dann ist alles gut. Stimmt. Wieso habe ich noch keinen Bogen, verstehe ich nicht. Was ist denn los mit dir? Echt? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir zu anderen Lied? Ich habe Zeit, also. Gibt es hier auch ein Gebäude, was sich lohnt. Was ist denn los mit dir? Ich bin ich hier. Vielen Dank.